äh, also ganz ehrlich, für mich ist das eindeutig aus das sieht man ja wohl, guckt euch das Foto an, das Bild ist von ARD das ist das Schiedsrichterbild und der Schiedsrichter hat das Tor für Japan gegeben sprich, würde das Tor nicht gegeben werden, oder ja, wäre der Ball ausgewiesen, so wie es auch ist wäre unsere Mannschaft noch dabei, also was soll der Scheiß kann noch nicht wahrsehen